und damit sind gegrüßt und wir kommen zurück zu einem neuen jetzt haben wir uns mal in den wachen angelegt zum neuen part weil das geht wir schauen mal was hinter dieser tür ist und eventuell hinter dieser tür ich habe versucht das versteckt ist am branden das war so die morde so ich bin jim schmarrotter ok ich bin nur abenteuer hier ich bin niemand nur ein abenteuer warum seid ihr so wütend habe ich verlaufen ich lasse euch jetzt nur täuschen lassen für euch helfen ich wurde von jeremias baum wohl ausgebildet im westen ermittler der welt brauchte ich hilfe ich habe mich schon mit weitaus schlimmeren fällen beschäftigt nachforschen von beobachten am tatort beschreiben wie es der main umgebracht wurde und demonstrieren dass du bei der lösung das falls helfen kannst wenn das schief geht ich bin mal detektiv naja hat ja sehr gut geklappt oh je nochmal würfeln doch mal nicht ah doch das tue ich natürlich es ist ja schon zunehmlich so ist das manchmal finde ich schade dass es da genau ausführungen gibt solange ich einen dialog von meinem kantor haben der dann sagt naja da liegt blut da liegt es so dass ich den zierer wenn wahrscheinlich zu viel option gewesen und er erzählt mir von eure theorie vielleicht kann ich helfen sind die alle mit ratten blut überschmiert körper sprach zu lesen das hat das hat vorhin schon sehr gut funktioniert nicht was habt ihr denn so erfahren und die sie müssen nur noch schaffen da kommt das wird wohl die zwölf die zwanzig die zwanzig die zwanzig der die ihren das das die die Es muss sich verbunden werden. Die Brutalität. Die unvergültige Brutalität. Meine Theorie ist, dass es etwas zu tun hat mit dem Herrn der Mörder selbst. Baal. Die höheren Werte wollen das nicht hören. Natürlich. Die letzte Sache, die sie brauchen, ist eine hysteria über ein Kult, der sich über ein Jahrzehnt zu sterben hat. Ich würde mich selbst folgen. Aber während dieses Uniform mich in bestimmte Pläne bringt, hat es mich aus anderen. Besonders Pläne, die nicht gefunden werden wollen. Verstehe ich diesem Widerstärken des Baalisten? Verstehe ich diesem Widerstärken des Baalisten nach? Ich kann euch nicht helfen. Ich habe selber Dinge zugegeben. Ich bin mir sicher, wir werden mit den Plätzen. Wenn du mit dem Tast rauskommst, das haben wir schon etwas getan. Ja, das können wir hin. Ah, wir wurden vor die Tür gesetzt. Fantastisch. Was wäre hier drin? Nein. Das ist ja weit. Spannend. Das ist ja auch alles. Das ist ja auch. Was war jetzt? dich nur zur Klappe des Speiseaufzugs zu begeben. Oh, okay. Ah, cool. Unser Lager ist jetzt hier in die Taverne Elf Gesamt umgezogen. Interessant. Mit Essen gibt es jetzt Vollpension im Hotel. Mal holen die Kleiderschrank. Wir haben das herbstlichste Gewand. Hm? Nicht schlecht. Dann wurden wir uns zur Verfügung gestellt oder was? Was haben wir aktuell an? Unser einfaches Gewand? Die Multi-Kleise und Kleidung. Na gut, das könnte helfen. Ich habe jetzt irgendwie diese Perspektive gewechselt. Ah, sehr schön. Es ist besser so. Die Musik ist cool. Wo kommt die her? Passt zu meinem Tages... Gewänden und Gewänden. Das hatten wir. Reise-Truhe. Ah, wir haben eine Spiegel. Und eine Bade-Zubung. Tabletten mit Schwämmen. Das können wir hier stehen lassen. Hm, steht jetzt auf dem Boden. Kleiderschrank. Oh, eine grüne Kleidung. Das wäre eher was... Grün würde das da noch mitstehen, denke ich. Das könnte was sein. So, wie war das mit Essenslüft? Späsenaufzug. Tösenaufzug. Aha あぁ. Ähha. doch nicht so soviel zu essen fantastisch das kann aus das ist jetzt ist es fantastisch darf ich mich legen hier ist noch ein bitte frei fliegt in mir eins ein wasserpfeifer das keine lange voll mehr so eine wasserpfeifer ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe Die Sonntags sind normal. Oh, sieht edel aus. Und mit wem sprechen wollen? Ah, mit wem wollen. Wer kommt hier ins Hotel und macht Ärger. Wer kommt das Gäste raus? Was ist so gut? Was ist so gut? Was ist so gut? Was ist so gut? Stellt mir bitte euren Freunden vor. Der hat so gewundert fühlt. Wie geht das jetzt weiter? Und was fühlt ihr im Schild? Ich komme zum Bergen. Die Hölle braucht eine Beziehung. Enough, Mesora. Wo ist mein Vater? Wie schaffe ich ihn? Wie geht es weiter? Wir behalten. Schöner, Schöner. Inferno, Kontraktos te evocam. Inferno, Kontraktos te evocam. Können wir das lassen, Wurge? Nein. Ihr Kontrakt, Will. Signet in Blut. Forged in Feuer. Bound in Bohn. Aber nicht unbreakbar. Vergiss es doch. Unbreakbar nicht willkommen. Man muss keine sechs Monate warten. Was genau schlack dir vor. Es ist das nächste Ding mit dem Teufel den eingeht. Sei nicht dumm. Ein Leben. Für ein Leben. Kein Kontrakt wird ohne Saccharifiz. Der Kosten muss bezahlt werden. Was ist das noch nicht gelernt? Sind die Hörner noch nicht gut? Option 1. Ich zeige dir den Weg zu deinem Vater. Ich wünsche ihm keinen Vorteil, außer dem von dir und deinen Allies. Und du, dein Geist zu mir und den Archdevil Zaryl. In ein Pakt. Eterne. Option 2. Ich breche dein Pakt. Und du bist von deinem Wunsch. Dein Vater stirbt. Bei seinem Wunsch. Und Balders gate. Sie verraten. 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 Wennst du euren Vater werdet, die Stadt würdet ihn dann wieder auf Bau brauchen. Tut was richtig, es gibt eure Sehnen damit, dass ihr Vater leben kann. Brecht den Pakt, werdet ihr verdient, eure Freiheit, lasst ihr Vater sterben. Wenn ihr Stadtfreies nehmt ihr seinen Platz ein. Ja, mein Rat, ich muss das wieder entscheiden, weil der wird sich nach mir richten. Lasst eurem Vater sterben, wenn ihr Stadtfreies nehmt ihr. Das ist das, kein Macht, kein Pakt bei dem Teufel. Blödsinn. Brecht den Pakt, werdet ihr verdient, eure Freiheit. Ich will jetzt nicht sagen, der soll seinen Vater töten. Das ist so ein bisschen, erbrecht den Pakt, werdet ihr verdient, eure Freiheit. Der Vater, ich würde ihm gerne sagen, wir werden es auch ohne den Teufel schaffen. Ohne mit so was schaffen, den Vater irgendwie zu befreien. Ich glaube, das würde ihm am meisten überzeugen. Wenn ihm sagen, verdient eure Freiheit, dann so. Ich muss doch meinen Vater und die Stadt und das wohl, die Stadt und blablabla. Das ist... Du verdammter Wettbewerb. Vater. Mach es. Verbreche den Pakt. Fiat Ita. Fiat Ita. called ita. Fiat Ita. Isto. Dezüge die, das war. Aber es ist so. Will da nicht mehr. Aufschraubt. Und doch. Wer will. Was. Wer Бistet. Wer will. Wer will. Tauch noch einmal. Tauch noch einmal hier auf und du bist des Todes. Sie werden sich mal verpissen. Ausstiegsklausel, Brichwisspacht. Sie sind im Lerker als Gesprächsverdorf, ja wer am Bedarf, ja wer wohl. Und ich kann sich mal verpissen, mit Zora. Sie sind nicht mehr in dem Lerker Weltentwicklung. Es müssten doch die Hörner weg sein, oder nicht? Gott, ich habe sieben Jahre verpastet von Mazora. Und ich habe sieben Jahre verpastet, um frei zu brechen. Und eine neue Freiheit könnte so bitter salzieren. Das mit den Hörnermisten geht es nicht. Verreue ist etwas zu spät, meint ihr nicht? Seid es auf euch gestellt, würde es besser so. Was für ein fantastischer Machtkampf mit eurem Vater aus dem Weg. Könnt ihr euch den Weg nach oben bahnen und seinen Platz ergeben? Ich dachte, ihr hättet den Park nie bereut. Das ist ein fantastischer Prozess. Wie besser, um die Frontier zu beschützen, als als Grand Duke von Boulders Gate. Das ist ein fantastischer Weg. Ich bin ein fantastischer Weg. Alles klar. Ich weiß es nicht, wie es geht. Ich bin ein fantastischer Weg. Ich bin ein fantastischer Weg. Der Ravengard-Name lebt nun solely mit mir. Ich werde es für etwas kümmern. Ich habe seine Leben vor der Hölle-Wertnisse gewonnen. Es wäre leichter, die Stücke zu den letzten als seine Feinde zu verletzen. Ich wäre ein Fuss, wenn ich sonst noch nicht wünsche. Wir haben die letzten zwei Niederstöne bekommen und unsere Minden zurückgebracht. Und die Stadt aus dem Gehirn. Das Ziel scheint ja nicht mehr so weit weg zu sein. Geh dann. Ah, ja. Er hat seine Fähigkeiten aber noch, oder? Ja. Ich werde jetzt nicht geben. Oh, schöne Klamotten hier. Nicht über und durch. Obwohl er will, er tut mir leid, das jetzt so zu machen, aber... Ich will mal als Tarion mit ins Team nehmen. Er kann sich jetzt ein bisschen ausruhen. Er braucht jetzt Zeit für sich. Nein. Ich möchte euch sorgen. Katsadon könnt ihr raus von der ihr Zug seid. Ich möchte euch sorgen. Katsadon könnt ihr raus von der ihr Zug seid. Ich will nicht lieben. Der Gedicht hat mich kaum mit Gleam. Auch mit meinen neuen gefundenen Vorteilen. Er ist immer noch ein unglaublich starker Vampire. Aber er ist auch arrogant. Wenn er hier kommt, dass ich zurück bin, wird er versucht, mich zu nehmen und sich in den Prozess zu entdecken. Dann werde ich mich zu strecken. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Es ist etwas wie ein Wettbewerb. Aber wenn ich ihn gewinnen kann, wenn ich ihn beteite, dann wird es keinen Risiko wert. Und wenn nicht. Also ja, ich bin sehr beschäftigt, ihn zu treffen. Aber wenn wir seine Atenung bekommen, finden wir die Rituals-Lokation wird viel einfacher sein. Und das könnte mir den Weg geben, den ich brauchen. Soooo. Wie ist es denn? Das ist wundervoller Wand. Es steht ihm wundervoll. Ah, ja. Hör nach. Bis mal nicht wieder zu. Gut, dann gehen wir mal da zum Schlafen. Das können wir eh schon machen. Okay. Wir müssen also noch von unserem Vorred nehmen. Ist ja nicht so gut. Erst nach den weichen Betten. Wunderschön. Wunderschön. Ja. Black Screen. Speichert. Ah, hier sind es. Die vier Team Mitglieder dürfen hier oben auf der... Hier schlafen. Fantastisch. Ah, sie ist immer noch da. Ich hoffe, ich kann verpissen. Ich hoffe, ich kann verpissen. Ich habe Hilfe für eine unmögliche Wahl gestellt. Es ist kein Kind. Ihr müsst anfangen, Respekt zu behandeln. Ich glaube, dass er seinen Vater geopfert hat, um sich zu retten. Es war es. Also, er hat so körperlich gesagt, es tut. Es war es. Also, er hat so körperlich gesagt, es tut. Oh. Oh. Ich habe fast vergessen. Will hat sein Vater das Leben für seine Freiheit gegründet. Hm. Mein Fehler. Verpisset euch. Er klärt es mir. Wenn Will nicht euer Ex-Meister. Warum schenkt ihr ihm weiter Nacht? Gute Frage. Was könnt ihr mir über die Hölle erzählen? Er hat mir nie erzählt, was die Absolutisten euch erwischt haben. Und wie die Absolutisten euch erwischt haben. Verschwindet aber plötzlich. Vor allem das. Wenn ihr bleibt, müsst ihr dem Ringzug etwas bieten. Machen wir einen Team mit ihr? Nee. Er weiß auch nicht. Ich habe nicht mehr Zeit geklärt. Ich sage euch was. Wenn es Zeit ist, um diesen großen Schaden zu zacken zu schiften, dann werde ich euch eine Hand. Aha. Das meint auch nicht. Ich denke mir das. Das ist eine Hand. Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein... Nein, nein, nein. und du bist die beste Hoffnung, dass ich es zurückbekommen habe. Niemand überrascht die hellen Kinder ohne zu schwarzen. Oh, du bist ein inquisitorer. Ich hätte gedacht, dass du jetzt nachher begonnen hast. Zariel hat einen neuen Verwendung für einen alten Kampfkampf gefunden. Und die sterben drei in diesem blöden Gehirn von ihnen, sind eine Gefahr zu mehr als dieser trifelten Stadt. Sie wissen. Schau sie, ihre Familie. Wer muss sagen, wenn Zariel ihre Meinung verändern könnte? Meine Frau kann so... kaprischisch sein. Dann wäre ich froh, sie nicht viel zu haben. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Können wir nicht viel nutzen als Astarion? Schade. Ich würde gerne braun. Oh, ich bin nicht verpasst. Er ist ein Vampir. Ich dürfe sie sich im Spiel nicht sehen. Hm. Hm. Wir müssen mal gucken was mit dem ... 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 Soviel zum Thema. Bei uns sind wir es nicht mehr zu sorgen. Wir haben jetzt ein ... 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 Ich habe die Zeit nicht mehr überwunden. Du bist immer so schrecklich? Ich habe nicht überwunden, zwei Jahre, weil ich mich nicht überwunden habe. Und ich hoffe, ich überwunden, zwischen dir. Ja, ja, nicht in die Hand. Das ist die beste Scheiße in der Stadt. Und du musst nicht essen, sonst braucht es. Und du musst nicht essen, sonst braucht es. Und du musst nicht essen, sonst braucht es. Und jetzt muss ich den Pott schrauben. Niemals Chef ist er. Ah ja Hi, you already got paid. No more work here. Planerats elsewhere in the city. Go kill those. Ok, who is that? Who is that? Who is that? Who is that? Okay, someone who comes to the info here. In the taverne. When did we go to the city in one piece? Speaking of Raphael. Did you miss his invitation? He is waiting for you and Charesse's caress. And when did we go to him and you? What did you know? I think Raphael really missed. What did he say about me? He should stay at home. I didn't expect to talk to him. Such a shame. You won't survive without his help. And I'll miss your pretty face. At least hear him out. You'll be surprised what he has to say. No. Well, I don't know if he wants to talk to him again. Another. Should I have another? Oh, you'll need to preserve me. I need the courage. You'll be surprised. You'll be surprised. No, I guess I've had enough. The brewer who made this beer, used to bite all of our barley. But that's over now. You'll be surprised. I think he's missing from the wildest. I'm sorry. You'll be surprised. No, you're missing from your own farm. No, you're missing your loss. But that's all you're missing for your drink. Ha, I'm sorry. If it were only me, it wouldn't be so bad. But I've got mouths to feed. Die Familie ist nach oben, verhaftet. Ich bin Descancho, mit einer Frau, zwei Kinder und einer auf der Weg. Der älteste Junge, Corson. Er bedeutet gut, aber er hat so viel, als die resten uns zusammengelegt. Ich muss ihm ein Platz finden. Das heißt, Krieg kann er kämpfen und er hat etwas für ihn gefunden und schäuern. Viel Glück. Ich versuche ihn als Klinger in dem Klinghaus. Aber ich glaube nicht. Vielleicht sollte ich nur mit den Flamen Fist und den Signing Bonus beitreten. Was kann ich noch tun? Träte, er klingt verdächtig. Es wäre besser, wenn ihr die Flammenforst beitretet. Das Putzangebot klingt nach einer sicheren Stelle und ihr könnt wieder zum Hof zurückkehren. Dann wird, dass der Mata-Tempel sein Wurmfreundnis macht. Er wird nicht bezahlt, aber zumindest bekommt der Junge zu essen. Genau. Es hat eine Chance genommen, aber es ist das Risiko wert. Die Farm ist alles, was wir haben, wirklich. Danke, Stranger. Du hast mir geholfen. Danke, Sarola habe ich ihnen geholfen. Du kannst doch mit jemandem reden. Hey, keiner. Woher ist dieser verletzte Mob? Überrasch, wissen wir, der Lappen ist. Kannst du jemanden in den Sau reinfahren, statt ein Freund? Ja, Freund. Ich verspreche nicht über einen Tavernenarbeiter. Du bist sicherlich falsch. Wie demonstriertet durch das Fakt, dass ich an dieser Tavern bin. Und das ist meine Form von Elocution. Nun, ich glaube, du stehst zwischen mir und meinem Mop. Guten Tag. Oh, ja. 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 Wir sprechen mal wieder von hinten an. Willkommen zurück. Was kann ich euch für? Irgendwas zum Handeln. Was ist mit diesem Mord? Es hat sich schlau gebraucht, seit der absoluten Böcher die Supply-Konboy. Aber wir haben einen Blick. Okay, er hat nichts zu essen. Aber wir haben nichts zu tauschen, oder? Ja, doch. Wir können hier einfach verhandeln. Wir brauchen Essen, wenn es in der paar Stunden nicht mehr funktioniert. Ich brauche die Kartoffeln. Ich brauche die Kartoffeln. Kann ich immer etwas verkaufen? Ja, nichts. Ich brauche die Kartoffeln. Kann ich immer etwas verkaufen? Ja, nichts. Kann ich immer. Ich brauche das hier zu tun. Ich brauche das hier zu tun. Irgendwelchen Gründen. Ok, Papieraskone, ok, große Knüppel, Malachit, Heiltrank, haben wir gebrauchen, das haben wir irgendwo mal mitgenommen, ungewöhnlich, Gründerung der Träger, erhält 1,2,6, Treffer, zurück, wenn jemand anderen hält, ist auch ein Porten hässlich, ah, da haben die ganzen Waffen und Waffen drin, 3 bis 12 Schaden, da muss man links, so können wir das und mal verkaufen, vielleicht können wir es ihm verkaufen, schon, schon, machen wir Geld, Flasrum, Chokes, ok, ist dann der Name, was feiert ihr vielleicht schon, möglicherweise, was denkt ihr da, ihr feiert während der Stadt in der Krise steckt, Schneider, das ist eine gute, ehrliche Arbeit. Ihr habt einen Schneider geheiratet, was, was besseres, hat es nicht gereicht. Astarolen sieht mit dem Bütze gut aus. Tobias klingt ja zu, ihr Tamiya für ihren, steht, ihr euch nahe, ihr seid Blas, richtig, ist es euch ernst, Kräger und, äh, um das lieb aufzunehmen. Oh ja. Wo sind wir unsere Kampfer nicht hin? Wir müssen die Kampfer nicht hin. Wir müssen die Kampfer nicht hin. Ähm. Und die Kleidung. Was? Oh, du bist noch hier. Vielleicht solltest du die Kampfer nicht hinnehmen. Und wisst ihr wo der Kleiderladen ist? Vielleicht können wir, bevor wir eine E-Ladenauflösung ist, können wir da vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Und wie groß ausverkauft ist. Und warum warst du? Oh ja. 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 So sind wir vier. und sie schützt auf, bis wir ein paar Antworten bekommen haben. Kommander Portier sagt, sie hat schon einen Investigator, sie vertraut. Softtalk und namby-pambys, ich würde wagen. Aber wenn sie failen, und sie werden, die counten auf, sie weiß, wo sie finden, und dann wird es mein turn. Ah ja, weiß ich nicht damit. Oh, mit Gewitzfreude. Hallo, alte Freund. Oh, ich glaube, ich wusste, ich wusste, dass ich alle rund der Stadt wusste. Jetzt bin ich ein neuer Mensch. Ein neuer Mensch, er war hier, als er noch ein alter Mann war. Er klingt ziemlich vom Kurs, ehrlich gesagt. Oh ja. Oh, ich scheiterte Bader. Oh, ich scheiterte Bader. Oh, ich scheitere Bader. Oh, ich scheiterte Bader. Achduke? Lord Gortash ist ein Teil von jungen für das, nicht wahr? Nicht dass niemand um, was du denkst. Oder ich für das。 Oh, ich scheitere Bader. Oh, du bist? Fest die Ohren ohne Lachangrufe eröffnet Auf jeden Fall Ich will jetzt Bader, wo wir stehen können Ich bin Bader, Wilburry macht euch bereit, serviert zu werden Ich gehe zuerst, um euch zu zeigen, wie es gemacht wird und dann kannst du mich sehen Hallo, Baderians! Ich weiß nicht, ich wäre hier heute Abend außer ich meine Frau mit einem Kambium Das stimmt, ich habe Fiendzone Wir hatten eine Drow-Komedien Ich hatte zu fragen, sie zu stoppen Tash's hideous lachen auf die Publikum Dann fragte ich sie, wie viele Drow-Komedien es dauert, um ein Torch und sie sagte nichts Wir haben dunkle Vision So wurde sie Die Elf-Song-Patronen denken, dass das lustig ist Dann vielleicht noch eine Hoffnung für dich Deine Worte, smarte Sachen Ich habe dich noch nicht Ich habe dich noch nicht Ich habe dich noch nicht Willburry bei der Comediansteuer Waren seine Witze wirklich gut oder sieht er nur komisch aus? Was da Unterschied ist zwischen einem Zwerg und einem Landteil? Ein Landteil kann man nicht werfen Ich habe neulich endlich meine Schwiegerhälter getroffen, kritisch Wie nennt man einen Raum von Leute, die nicht applaudieren? Tod Ein schüchtern Raum Wisst ihr, warum ihr Vampire nicht ausstehen kann? Warum ich Vampire nicht, kann ich mal lesen Sonst wird immer so bissig Da steht das Tarion Ich habe neulich ein Drachenblütchen kennengelernt Ich fand ihn echt süß Aber dann habe ich gemerkt Dass er lauter Schuppen hat Und jetzt Ich wollte mit einer Zombie wieder Ich wollte mit einer Zombie wieder Beleber ausgehen Sie meinte aber nur Sei nett romantisch Den verstehe ich nicht Ich habe das zuerst gehört Als ich in der Schwiegerhälter in der Schule Spielplatz Ah ja Ich glaube wie sie dich mit Seife schrubst Magios Zauberer Oh Gott Au Lass uns mal über die Toten Drei reden Die Falschen Und kriegen die Baneten Nichts auf die Reihe Wir scheitern immer zwischen Tür und Angel Der Du bist ganz klar Mein Gedanke ist schon Dass Hans Dellen in der Nase verloren Also frag dich den Falschen Mir riecht Mir riecht Mir riecht Er antwortet Ich habe sein Gehirn verspeist Kommt wohl nicht so gut an. Der Hände am Kölsch. Tja. Revenge. Ja, wirklich. Ich bin trotzdem der Comedy-Krug. Du bist eine große Verzweiflung. Du wirst das wissen. Ja, sehr lustig. Sehr lustig, wirklich. Na gut, beim Witz erzählen bin ich wohl nicht so gut. Sollten wir wohl bei unserem Nächsten bleiben. Und dann Schuster bleibt bei der Nächsten. Hier mal ein bisschen als Musikkant auftreten. So. Wie bin ich sonst für? Auftreten. Dann spielen wir mal ein bisschen. Auftreten. Fähig geschlagen. Soll das heißen. Witz. Ja, wir sind jetzt der Song für Dessert. Ich bin nicht so gut. Nein, ich bin schon der Song. Ich bin nicht so gut. Komm, lass mich noch mal auftreten. Auftreten erfolgreich, so nämlich. Dafür ist das Auftreten nur völlig verstanden, aber mehr Leute da eben. Das klingt wahrscheinlich besser. Wir müssen eigentlich nicht versauen, aber... ...Castarion könnte ja vielleicht ein bisschen spielen. Oh, niemand wie Terminal glaubte das. Die Trommel, vielleicht kann der... Zumindest die Trommel müsste er noch nicht kriegen. Der ist noch ein Charisma... ... oder ein Smart-Stortype. Das könnte doch gut gehen. Das müssen wir jetzt hier hinstellen und... ...versuchen aufzutreten. Ich habe kein Skate dafür, aber... ...wollen wir es nicht machen? Ah, hier, hier. Ein schlechtes Auftreten. Es gibt sein Bestes. Naja... ...mit Übung. Überhalte die Trommel, kannst die Trommel üben. Überhalte die Trommel, kannst die Trommel üben. ...imaverte die Trommel üben. Oh, ich bin nicht fertig. Wenn du das willst, ich kann nicht verlieren. Dann hast du noch niemals dran... Der wird, wenn du das nicht verlierst. Ich bin nicht kontrolliert. Den wird er nicht dran. Das hat wohl gesagt. Das muss gut sein Ein bisschen Gold Immerhin etwas Ich glaube, du kannst auch aufhören Ich habe auch noch nicht geregelt Du sprichst über die Ehre von der Ehre, aber was über meine Ehre? Ich habe ein Problem gemacht Stog, wenn du die Vigilante Nights möchtest, musst du zuhören, die Leute zu schlagen Beruhigt euch, die Leute hier wollen ohne Ruhe trinken und wo geht es dann? Muss jemand zusammengeschlagen werden, das kann ich machen. Es ist wie ein Oath oder was. Und ich weiß, dass du die Oathen verstehst, Skarva. Was werde ich den Vigilanten Nights, Doug? Dass du deine Knie brechenst, um Gottes Willen? Dass ihr von Uktar bekommen habt, dann seid ihr fein aus. Ich hoffe, er wird es überleben. Ja, ich hoffe, wir haben den Damen nicht verdammt. Okay, raus aus der Taverna. So, wo geht es als nächstes hin? Ja, es versteckt jetzt im Kratos, lassen wir erstmal auf den. Ist hier direkt unter uns, also irgendwann, wenn wir noch zwei Levels gelevelt haben. Von den Schauplatz ist es ungewöhnlich. Okay, da müssen wir hin. Dann sind wir noch in der Nähe von dem hier. Von Magier. Ich glaube, das geht hier weiter. Der gleiche Elf wird auch interessant. Ich gehe noch in die falsche Richtung. Und... Ah ja, flüssig läuft es hier gerade nicht. Ok, bin ich hier. Okay, das Spiel ist gerade wirklich überfordert. Etwas überfordert. Geht es hier unten lang vielleicht? Oh, der Scheiß. Wir sollten uns immer noch in jedem Waldirien Hause sehen. Warum? Ich bin glücklich, dass du gefragt hast. Es hat sicherlich mit den Däumen geholfen. Okay, der ist nicht schlecht. Nach der Schuss? Du bist nicht. Wir haben ein bisschen Zeit und Zeit. Okay, wir müssen da irgendwie runter. Ich könnte ja nicht so aus, als ob es da in die Richtung gehen würde. Ja, wir haben nichts gemacht. Wir haben nur einen Freund. Okay. Sorry, das liegt hier wahrscheinlich am Spiel. Jetzt ist gerade wirklich ein bisschen überfordert. Das ist zu viele NPCs. Zu viele Programme, die gleichzeitig ausgeführt werden. Die nächste Händler. Zeitungszugäufer. Ja, das wollen wir nicht. Das ist ein Lamander. Was gibt es hier zu sehen? Okay, wir gehen nach innen. Wegpunkte entdeckt. Aha. Wegpunkte entdeckt. Aha. Ah, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das wirklich, äh. Behold. Wie sagt das Stando der Größte? Das Stando der Größte, der Größte. Da auch nicht nur um den Brunnen rum. Ah ja, hier haben wir den Wegpunkt. Zentral und durch die Mauer. Hier geht's lang. Wir kommen langsam zum Ort des Geschehens. Hier gibt's noch einen Händler. Nicht wirklich. Was sage ich? Jeder braucht Schutz. Sei nicht schade. Diese Händler kann dich nicht leben, wenn sie hier mit mir sitzt. Lasst mich sehen, was ihr habt. Okay, jetzt Rüstung. Wir haben 18 Rüstungsklasse, okay. Die können nicht mehr als 12 tragen, soweit ich weiß. Die lokale können wir es davon bestimmt brauchen. Die meisten haben wir davon schon. Hütter Rüstung. Okay, 13, die könnten wir tragen. Sieht doch nicht besonders hübsch aus. Okay, den Rüstpanzer könnten wir auch tragen. Und dann ein Bade mit Rüstung und Schutzpanzer. Ich weiß ja nicht. Lederhandschuhe. Nö. Die Wahrheit sei dir. Ich weise Chainsmeree für die Tage. Ach. Ich habe zu viele Geschichten gehört, um keine Chance zu nehmen. Waffen, die ich mich interessiert. Mein Gott, wie das passt! Carlach Cliffgate? Das kann nicht möglich sein, kann ich? Das passt. Das passt. Keine Ahnung. Schau an dich. Die Jahre haben dir gut gemacht. Ich will nicht lieben. Sie haben. Natürlich. Das ist Fitz, einer meiner alten Freunde aus dem Nachhinein. Wir haben zusammengetreten, wir haben zusammengekehrt, wir haben zusammengekehrt, um dich zu wissen, wer zu wissen. Du siehst, er ist der Archduke, jetzt. Was der fuck, richtig? Richtig? Ich bin sicher, dass ein Schaufer zu machen ist. Ich glaube, dass ein Schaufer zu machen ist. Ich denke, du war die einzige, die ihn ein bisschen ehrlich gemacht hat. Nachdem du dich verlassen hat, die Dinge wurden schmerzt, schnell. Ich bin raus, wenn mein Schaufer noch intact war. Ich habe angefangen, zu arbeiten, für einen Arms-Märchent. Ich bin noch in der Betriebe, wie du siehst. Wie mein Freund, Gregor, in diesem Weg. Wir sind zusammen acht Jahre alt. Und Karlach, wir haben einen kleinen Weg. Wir sind zusammengekehrt. Fitz, das ist unglaublich. Herzlichen Glückwunsch. Mom live, huh? Du bist unglaublich. Gott, ich hoffe so. Auch nach all diesen Jahren, das passiert so schnell. Aber jetzt, dass du zurück in der Stadt bist, musst du nach uns kommen. All of dich. Wir haben ein guter Supper. Du kannst dich treffen, Gregor. Ich bin der kleine, in ein paar Monate. Oh. Oh. Ja, noch einige Monate. Eww, nein. Es kann natürlich sein, dass sie nicht. Es gibt auch Schwangerschaften. Oh, das ist schön. Es ist ein Freude, dass du dich brauchen. Ich kann dir nicht sagen, wie gut es ist, dich zu sehen. Es sind noch ein paar Monate. Und sieben oder acht. Wir sind in der Stadt, auf etwas urgentes Geschäft. Aber kann ich dich finden, wenn es alles zettelt wird? Ich mag das. Aber in der Zwischenzeit, wenn du noch in der Beschreibung mit Intimidation bist, solltest du einen Blick auf meine Stoff nehmen. Aha. Was gut ist dabei, Wurfspeer. Langschwert. Ein Beil. Ja, ich glaube für unsere Zwecke. Langschwert. Fliege. Jetzt. Nicht weiter. Der Volltreffer. Verbesserte kritischer Treffer. Sehr selten. Vielleicht Armbrust. Sollten wir mal nehmen. Oha. Teuer das. Oha. 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 Da gibt's keinen Freundschaftsbonus. Da gibt's keinen Freundschaftsbonus. Problem Gift. Oh, wir haben ja Geld. Vielleicht können wir auch ein bisschen was tauschen. Kleidung. Schlangezahntoxin. 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 Ja, Gift. Ich hab das Gift. Ich hab das Gift jetzt wirklich noch nicht gebraucht. Ich weiß nicht, dass wir es dann weggeben sollten, aber... die 33 Literpreis dafür einbegeben. Mh Mh Keine Kutrierung Einen Füllen müssen die Sachen sowieso nie Ich versuche den Preis ein bisschen runter zu drücken Mh Ein sichtbares Sehen Weiß nicht Wache ich ehrlich so Die Dunkelheit Ich werde es beruhigen das abzugeben Aber Nun ja 200 wenige haben wir jetzt schon 133 Ich darf noch etwas bekommen Wahrscheinlich nicht Ach was solls Sind wir mal ein bisschen gut Der Volltreffer Wir kennen das mal Ja Äh Bin ich Okay Jetzt meine Armbrust verkauft Oder was Ich glaube wo steckt die Great to have you back carlack Da ist meine Waffe Da ist meine Waffe Da ist Darlene vielleicht Vielleicht keine gute Waffe gebrauchen So Hier ist glaube ich das Haus Oh Ubaris Ubarisig Eine Katze So Die Katze zu strechen Oh je Arm ab Besser so Und sie schnurrt Und sie schnurrt Oh cool Heide des ganzen Spiels Wir müssen mal sicherer sprechen Schönen Beide des ganzen katzes zu sein O Felicity the only dead you one should ever swear fealty two in these nine lives now will you heat our mother's call and bolster her as she crushes the heathen absolute beneath the divine paw a cat's good one should be a real good one should be a real good one for me the rest shall mourn your absence but always honor your capriciousness as her own may your dusk be long and your hunger fleeting yes will you now hear the most splendid dresser's call ah schade we'll try to see the star again ok here there is something to see die maria vom tiefwasser let's do the maul untersuchen und das scheint hier drünen hier drünen scheint es abzugehen Clank Clank kam er dort Zauberer Zubauer und Karla müssen wir noch kurz reden Ich hoffe das war nicht eine Lüge Ich hoffe wir werden mit Fitz mit treffen wenn das alles vorbei ist der erste Schritt save die Stadt dann save mich selbst und zuletzt aber nicht zuletzt dinner mit einem alten Freund was mehr würdest du fragen klingt gut gut was nicht so gut klingt aber leider auch sein muss ist das ein dieser dieses part haben heute ein bisschen geschopft so ein bisschen Tavern erkundet und war ein bisschen ruhiger part nächstes part geht es wieder ja jetzt geht es wieder wild zu dann versuchen wir mal wirklich den mod auf zu klären und vielleicht geht es auch hier wild bei dem bei dem bei dem Magier von Tiefwasser ja mal schauen hier ist ein Flüchtlingsbettler keiner tanzt noch einen gut danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal haut rein tschau 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 tsch Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020